Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Unwable. Ja, wie es aussieht, ist es wahrscheinlich das letzte Level, das letzte Blatt. Gehen wir mal hinein. Ach, nö. Hm, Friedhof, ich mag sowas nicht. Hm, ein Schneesturm. Oh Gott, oh Gott. Ja, sicher, was soll ich denn machen? Hm. Aha. Indem ich mich die ganze Zeit jetzt an dieser blöden Lampe festhalte, oder wie? Ja! Ja! Halt dich fest, kleiner Mann! Warte, da krieg ich aber irgendwann einen Krampf im Finger, wenn ich das jetzt die ganze Zeit gedruckt halten musste. Aha! Damit ich die Lampe immer wieder mit mir ziehen kann. Ahhhh! Oh Gott! Gott, Gott! Oh Gott! Boah, Alter, da muss man echt schnell reagieren, Oma! Oh Gott! Gott! Boah! Ah! Okay! Oh Gott! Sä das ist schlecht! Oh Gott! Und jetzt kommen wir! Oh! Und jetzt kommen wir! Ah, kleiner Mann. Ich muss echt tatsächlich die ganze Zeit festhalten, ey. Krieg ich aber eigentlich die Krise irgendwann. Oh, Gott. Wir werden ja den ganzen Weg wieder zurückgeworfen, ey. Aber das nervt mich gerade so. Schande, ey. Immer an der Stelle. Nein. Nein. Kacke. Kacke. Mann, so eine Lampe ist doch viel zu schwer für so einen kleinen Mann. Mann, so eine Lampe ist doch viel zu schwer für so einen kleinen Mann. Mann, so eine Lampe ist doch viel zu schwer für so einen kleinen Mann. Mann, so eine Lampe ist doch viel zu schwer für so einen kleinen Mann. Mann, so eine Lampe ist doch nicht. 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 Musik Ich werde verrückt Ich werde verrückt Ich werde verrückt Moment, ich möchte mal kurz was trinken Shit, 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 shit Ich drück mal auf Pause So So Oh 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 Ja, weiß ich nicht, nö. Alter, ich mich schreckt das hier auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hab ich da einen Knoten drum gemacht und jetzt müssen wir eigentlich... Nein! Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Okay. Ich muss mal kurz meinen Finger ausruhen. Schon langsam ein Krampf, ey. Boah, ey. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich weiß nicht, ich schwör. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Warum geht das jetzt auf einmal nicht mehr? Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Boah, ich kriege die Krise. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Oh, der kleine Al-Money. 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 Jawohl! Geschafft, 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 geschafft. Ja, die Folge ist jetzt auch schon vorbei. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten... Ui, Scheiße! Och ne, Scheiße. Ja, ich mach das eben bis dahin. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!